Ich heiße Tattoo Krause, willkommen hier bei Stichpunkt TV mit 90 Sekunden. Online oder offline mit Freunden? Online. High Heels oder Sneakers? Immer High Heels. Dein Lieblingsessen? Chips. Was dürfen deine Eltern nicht über dich wissen? Ich hole mir gerne mal einen runter. Morgens im Bad brauche ich? Nie länger als 15 Minuten. Würdest du eher auf Sex oder auf Musik verzichten? Sex. Facebook oder Instagram? Facebook. Lieber für immer taub oder stumm? Taub. Bei welcher Fernsehsendung schaltest du sofort weg? Berlin Tag und Nacht. Ein Wort, mit dem deine Freunde dich beschreiben würden? Idiot. Bist du eher Tag- oder Nachtmensch? Tagmensch. Welchen Drink bestellst du dir, wenn du feiern bist? Jack Daniels Cola. Wessen Gedanken würdest du gerne hören können? Shakira. Mit wem würdest du dich niemals betrinken wollen? Angela Merkel. Welches Getränk bestellst du dir immer zum Essen? Wasser, still. Wie meldest du dich am Telefon? Krause. Würdest du lieber wissen, wann oder wo du stirbst? Wo ich sterbe. Nenne eine andere Leidenschaft neben Tattoos. Äh, Vögeln. Was hast du als letztes geklaut? Oh, das war eine Tüte Gummibärchen für meine Tochter. Lieber große oder kleine Brüsten? Äh, kleine Größen. Deine Lieblings-App? Hab ich nicht. Shit, äh, shit. Tinder. Das Schlimmste, was zur Zeit im TV läuft? Oh, ist, äh, der Bachelor. Was würdest du niemals essen? Ähm, Kamelgehirn. Welcher Promi merkt am meisten? Äh, zur Zeit ist das, ähm, Sophia Tomala. Tschüss. 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 Tschüss.